Wenn man an die reichsten Männer der Welt denkt, da denkt man wahrscheinlich vor allem an so Typen wie Elon Musk oder Jeff Bezos oder Warren Buffett. Aber einer von ihnen stammt auch aus Hamburg. Der Logistikunternehmer und Fußballfan Klaus-Michael Kühne, nämlich also HSV-Fan, um genauer zu sein, und Investor. Heute, vor 85 Jahren, wurde er geboren. Sven Weingärtner über diesen vielseitigen Macher. Ein reicher Mann ist er, Klaus-Michael Kühne. Je nach Quelle und Aktienkurs sogar inzwischen der reichste Deutsche. Mit mehr als 40 Milliarden Dollar, einer der 30 reichsten Menschen weltweit. Weil die Frachtkosten während der Corona-Pandemie explodiert sind, hat es den Spediteur ganz weit nach oben in der Milliardärsliste katapultiert. Er selbst sagt, Natürlich ist Geld angenehm, aber ich selbst bin gar nicht so anspruchsvoll. Sicher, ich habe mein Haus und mein kleines Schiff, aber Luxus ist für mich bedingt wichtig. Mir wird ja immer ein großes Vermögen nachgesagt, aber ich sage immer, das ist alles Papier, das sind meine Aktien. Den Grundstock hat der Großvater von Klaus-Michael Kühne in Bremen gelegt. Er war 1890 einer der beiden Gründer einer einst kleinen Spedition für Baumwolle, Getreide und Zucker. Das war eine gewisse Aufbruchszeit, Gründerzeit. Die Wirtschaft kam im Gang. Deutschland hat vermehrt damals den Außenhandel betrieben und davon konnten wir profitieren. Die Firma wuchs, expandierte und gehörte auch während der Nazi-Diktatur zu den Profiteuren. Klaus-Michael Kühne, Jahrgang 1937, betrachtet diesen Abschnitt der Unternehmensgeschichte mit bemerkenswert kühler Distanz. Sein Vater habe nichts oder nur wenig darüber erzählt. Er selbst habe nie richtig danach gefragt. Dokumente, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegen, belegen, dass sich die Spedition bei der sogenannten Möbelaktion zum Handlanger der Nationalsozialisten gemacht hat. Aus den besetzten Gebieten wurde alles, was irgendwie von Wert war, nach Deutschland gebracht. Habseligkeiten von deportierten Juden aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Auch und besonders durch Kühne und Nagel. Irgendwann müsse aber mal Gras über die Dinge wachsen, sagte Klaus-Michael Kühne später in einem Zeitungsinterview. Kühne und Nagel ist einer der weltweit größten Logistikkonzerne mit 76.000 Beschäftigten in mehr als 100 Ländern. Klaus-Michael Kühne war Mitte 20, als sein Vater ihm die Verantwortung fürs Unternehmen übertrug. Inzwischen hat sich der 85-Jährige zumindest offiziell aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Da ich meine Firma Kühne und Nagel, der mein Hauptinteresse gilt, in jüngere Hände übergeben habe, deshalb konnte ich bei Kühne und Nagel sozusagen loslassen und konnte mich ganz auf die anderen Dinge konzentrieren. Ich tue ein bisschen zu viel, aber es packt mich dann und wenn ich eine Sache anfasse, dann mache ich sie gründlich. Also dann gehe ich bis ins Detail. Detailverliebt, kontrolliert und sparsam. So beschreibt der gebürtige Hamburger mit Wohnsitzen in der Schweiz und auf Mallorca sich selbst. Nur seine Liebe zum Hamburger Sportverein ist eher ein teures Hobby als ein Investment. Viele Millionen hat Kühne in den HSV gesteckt. Ich wollte den Verein ja voranbringen und zu einem der Spitzenvereine in Deutschland entwickeln. Ich habe gesehen, dass die letzten Jahre immer schwierig waren. Also ich habe natürlich sehr gelitten. Meist sind die Entscheidungen weniger aus dem Herz heraus und werden oft schnell getroffen. Eine meiner, ich sage immer, guten und schlechten Eigenschaften ist die Ungeduld. Oft kommt es auf schnelle Entscheidungen an. Per Saldo bin ich mit diesem Prinzip gut gefahren. Geboren wurde Klaus Michael Kühne, heute vor 85 Jahren.